Willkommen auf der schwarzen Map aber warum sehe ich hier keine Drachen? Boah Die musst du dir denken Du hast kein Wiesn gekriegt Das könnte doch so ein Easter Egg sein Ein Drache Naja Der einzige Easter Egg, was es hier gibt, ist diese kleine Statue auf dem Bär Er hebt doch hier die Dinosaurier hier, weiß ich wie die hießen Boah Ja, Pitbull Das war einfach bloß eine Ablenkung jetzt hier Ja, 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 ja Random Night Ich hab dich abgelenkt Ich hab dich abgelenkt Oh, lenk, lenk, lenk Oh, ich höre hier Schritte Ja Das ist nicht Das warst du gar nicht Höre tote Menschen Ja, war gut Funka, das warst du Ja, warst du auf dem Dach oder bist du wundergefunden? Nee, 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 nee Maximus Was ist mit dir denn los? Ja Ich habe Sehnsucht Ja, Sehnsucht Ich habe Sehnsucht So, pass auf Das ist doch gerade erst lustig Ach Er muss doch irgendwie die Leute hier im MyoD-Clan kennenlernen Ja, ich kann mir sowieso Ich kann mir sowieso keinen Namen merken Das habe ich allerdings wirklich nie gehört Also dafür bin ich Alter, fuck Ich bin zu jung TG, TG, du stehst auf meiner Abschussliste Nein Doch Mein Leben ist verwirkt Ja, 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 ja Ich spawn auch jedes Mal so bekloppt, dass ich eigentlich nur da langlaufen kann Spawn ist schuld Hm, TG ist schuld Aber ich versuche ohne Attachment irgendwie zu schwirren Und da, schön TG in die hohle Frucht rein eliminiert, Junge Schönes Ding Oh, schön Der Maximus, der weiß noch wie man spielt Ja In die hohle Frucht In die hohle Frucht In die hohle Frucht Schön in die hohle Frucht mit seinem Schlepphoden Ja Genau Kann doch nicht sein Hab ich dich da gestehen gesehen Gestehen gesehen Wer, wer tut denn schon wieder den Namen? Alter Ja, TG, ich liebe den Er gabbelt am Baum hier, ey Ja, weil ich wusste, dass du genauso dämlich bist wie ich Und immer den gleichen Weg laufen Aber ich Komm, wir variieren mal, komm Ja, 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 ja Ich bin mal so ein bisschen variabel Wie, was denn das? War das was von Mathe? Ja, das ist Mathe, ja Da war ich Kreidehunde Alter, fettgeil Alle weggeholtes hier Bam, Digga Bam Ich sag nur, angewinkelter Griff freigeschaltet Und, was kannst du damit machen? Anwinkeln Angreifen Anwinkeln TG, TG, wo bist du? Kann doch im rechten Winkel rumschießen Nee, ich bin jetzt ganz woanders Anders Ey, da vorne sehe ich den Geiler, tut mir echt leid Da sehe ich den Jim, aber der wird lange nicht mehr leben Der Messer In den Jim überhaupt nicht Kannst du mich mal Ey, du, ich bin doch in deinem Team, du Osterei Achso Oh, wer haut denn da hinten, ey Na, ich Sag mal, kannst du nicht rumlaufen? Naja Ja, mach ich doch Guck doch mal in die Killcamp Ja, jetzt Jetzt Aber erstmal schön hinlegen Da hinten Ja, weil ich genau weiß Ihr Früchtchen lauft da lang Irgendwo musst du ja lang laufen, oder? Ja Ach, bratwurst Hier, kam noch eine Ich hab hier auch was Ja Ha Den Nächsten Ja, und jemand ist meine Ja In meine In meine Klemor Scheiße, jetzt kommt alles Ja 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 Ich hab grad echt nicht schlecht geguckt Wie viele waren's denn? Zwei oder drei? Zwei leider nur Zwei Ja, aber plus das Haus, ne? Plus Haus Plus Haus Wo seid ihr? Wo seid ihr? Au Da Kleinen Schlepphoden und Maden TG, jetzt hast du auf mich gewartet, ne? Jetzt hab ich auf dich gewartet, ja Ja, das war jetzt wirklich Ah, gut, ich spiele ohne irgendwelche Blödsinn dran, ne? Also, ja Ja, red Ich hab nur Blödsinn dran, also Das ist, äh, no add-on Irgendso ein Affe macht so ein Video immer darüber Kann mir ehrlich vorstellen Voll asozial, ne? Äh, naja, asozial nicht, aber Man könnte ja was ranbauen, ne? Aber Total dummer eigentlich, ne? Aber Ich benenn die Serie um, ne? Und dann kann ich endlich Titten belehnen Genau Ja! Nackt Nackt getocht Titten, Titten, yum 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 Weiber, Weiber, dum dum dum, ne? Hat El Bandi immer gesagt Au Funka Ey, nur wegen den Tittenbildern Kiebt man das, ne? Naja, logisch Nur wegen den Tittenbildern Der Inhalt zieht man auch nicht Ah, fuck, ey, Pitbull Da war Ladehemmung Ladehemmung Das ist, wenn man mit seiner Waffe nicht ordentlich umgeht Ja, man muss sich auch zwischendurch mal sauber machen Ja, mal richtig schön durchbürsten Ey, wo ist... Bürste mal deine Waffe, dein Rohr Ne, das, also das geht zu weit Ja, Kanone Warum spawne ich denn jetzt komplett woanders? Das ist überhaupt nicht meine... Das ist blöd Ja, wegen deiner Ecke Deine Ecke ist nun mal out jetzt Jetzt muss ich auch woanders langlaufen Scheiße, irgendwie komm ich jetzt... Ich bin jetzt ein bisschen irritiert Maximus könnte auch Kommentator werden Er kommentiert komplett alles, was wir tun Wer fliegt denn mit der Drohne hier rum? Keine Ahnung Ah, der Mann mit der Drohne Scheiße, warum brä ich denn nicht aus der Hüfte? Brä doch mal aus der Hüfte Ja, genau, mach das doch mal Ja, ich hab's mit der Hüfte Alter, Mann, Spawner, ich hab keine Zeit So, da vorne liegen Tote, das heißt, da muss der Feind lungern Ah, verliehen wir Wo seid ihr, Mann? Ja, wo bist du? Nicht da, wo du bist Aber hier liegt ein Toter Schieß mal, Maximus Ah, mein Gott Ich hab nur noch das Licht gesehen Ja, schau ins Licht Gott sprach, es werde Licht Mega Freak Eis Eisdealer, du musst in Bewegung bleiben, ja? Und hier hört man es Ach so, ich dachte... Ach so, wer ist das? Ja, ich dachte, ich guck mir mal diese wunderschöne Landschaft Oh! Warum schießt dieses Missgeburt-Schwein nicht von Waffe? Weil du sie nicht richtig behandelt Ja, stimmt, ey, ich bin auch Äh, du musst, äh, die linken Finger benutzen, ne? Und auf die nächste Taste drücken Es ist immer schön Nicht nur die rechte Taste drücken, beide gleichzeitig Ach so Oder erst rechts und dann links Jetzt verwirrt ihr mich Ach so, das ist schon zu viel Maximus, das ist ja manchmal nicht so wirklich schwer bei dir, ne? Ey, ich hab vorhin Arma gespielt, ich wusste gar nicht mehr, was für Tasten die drücken soll Kann ich Oh man Wer hockt denn da im Haus drinnen? Der Haushocker Der Haushocker Brennen sollt ihr! Brennen sollt ihr! Brennen sollt ihr! Marten Marten Schlepphoden Ja Alter, wie, wie krass die, die Waffe einfach killt, ne? Oh, ich bin ich Ja, also diese neue da Oh mein Gott, ey Was für neue Waffen Jetzt werden wir wieder gemessert hier, aber Das, das geht schon in Ordnung Gott reicht, äh, was? Ach, scheiße, leckt mich Ich meine, das ging eigentlich immerhin drei Leute mehr, ne? Mehr Ziele Ach ja Und da, bam Und nur beschossen, ja, nur beschossen Ey, wer, wer, auf! Ach, jetzt messert mich jeder Weißt du, du machst irgendwie so zwei, drei Hits und bam, der Kollege kippt um Ja Du hast den Scheißen genau noch dabei Ja, ich bin ja auch im Nachteil, ich hab ja auch ein schweres MG Ja, jetzt liegt's an einem MG Ja Irgendjemand muss immer schuld sein Ey, erstmal müsst ihr gucken, dieses MG ist schon ein bisschen älter, ja? Endlich, endlich, meine späte Rache Hatt' ich um einen Löffel 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 Ich komm' ja nie an den Rand Das liegt ja nicht an mir Oder vielleicht doch Ja, wahrscheinlich Ne, ist nicht an meinen Glück Hier ist man, wenn ich jemand messern will, dreht er sich um So, jetzt aber, randomnade, wer die fängt gewinnt was AACH PANN Das kann doch nicht sein, von wo kommt ihr denn alle? Pisser ey, so kurz vor Endern wir noch einen Tod reinzufügen. Ey Pisser ist eigentlich auch ein geiles Wort, oder? Du hast gleich 30 zu 10, ich bitte dich. Ja, das wären 30 zu 9 gewesen. Ich bitte dich. Nein, ich bitte dich. So viel Zeit muss sein. Du zuerst. Ey, ich messe mich durch euer ganzes Thema Maximus oder so, finde ich nicht. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen heute gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, ich weiß wo er ist. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Am Haus. Ich glaube ich weiß wo, ich glaube ich weiß wo. Du wirst den Scheiß. Nein doch nicht. Ich sehne auch. Nein! Ja! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Guck mal, wir sind ja auch 20 Leute weniger, ey, das ist ja auch logisch. Das ist doch egal, Maximus. 20, das sind 3, ja. Also, bitte. Mein, das ist ja nur nicht schlimm. In der Werbung wurde übertrieben. In der Werbung wurde übertrieben. Warum ist das einfach? Ich habe dadurch ja nur mehr Ziele. Ja, 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 ja. Ja, genau. Aber ich habe gar nicht so viel Munition, ja. Ja, du bist doch Moni-Mensch. Ich habe doch ganz viel Munition. Ey, habe ich nicht mit. Ja, da konnte ich ja nichts für. Wo seid ihr? Alles klar? Die Chiller-Kurke, ey. Gut gemacht. Nein! Wer messert mich? Oh! Kann doch nicht sein! Ja! Ja, ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt, dann habe ich dir voll in die Fresse geschossen. Wie geht denn das? Weiß ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Boah, das ist schön wie eine Aktion. Ach, schade. Aber wir haben gewonnen! Ja! Mit 20 Leuten wehen ja! Mit 20? So! Und welcher Krüppel-Hopps da hinten wieder? Der sitzt in 10 Grad Maximus auch. Leute, du bist so ein Laberkopf, ey. Ich will jetzt endlich wieder einen Boost haben. Ein Paket. Paket? Bestell dir was. Ach, weißt du wie viele Pakete die Woche gekommen sind? Ja. Zwei. Ne. Es sind... Drei. Sechs oder sieben. Oh! Was hast du denn alles so schön nicht bestellt? Ich will Sport machen, hört bloß auf.